Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Seltsame neue Welten in altbekannten Uniformen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Track Nerds, dem Star Trek Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu den Track Nerds, eurem Star Trek Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Commander Chris und mit mir dabei Enzin Michael. Ich grüße dich. Hallihallo, sei gegrüßt, lebe lang und in Frieden und so weiter. Ja, wir stauben auch mal wieder diesen Feed. Wir hatten natürlich im Sommer großspurig angekündigt, dass wir live und in Farbe und Bund und parallel zu OS-Ausstrahlung Strange New Worlds bekasten. Das hat auch bei zwei Folgen gut geklappt. Und dann kam einfach Leben dazwischen und Rings of Power und The House of the Dragon und The Walking Dead und alles mögliche und Westworld. Ach, es war einfach viel. Also haben wir uns gesagt, gut, dann warten wir halt bis zur deutschen Ausstrahlung. Und wer hätte gedacht, dass Paramount Plus uns den Gefallen tut, sich an die Veröffentlichungsrhythmen der Nerdizisten zu halten und einfach auch immer zwei Folgen am Stück zu veröffentlichen jeden Freitag. Ja, zumindest haben sie es dieses Jahr noch geschafft. Ja, allerdings. Paramount Plus kann man jetzt, ich glaube, im Rahmen des Sky-Abos dazu haben und auch extra buchen. Im Rahmen des Sky-Plus-Abos? Ich glaube, man kann es auch so abonnieren, oder? Man kann, gibt es das nicht? Ja, genau. Du kannst es, genau, beides. Nur bei Wow, also dem Streaming-Dienst von Sky, da ist es nicht dabei. Ah, okay. Also letztendlich, du hast es jetzt, also wie ist es? Du kannst auf die eigene Plattform von denen gehen und das machen und du kannst über Sky das abonnieren. Richtig, genau. Oder ist das nicht dabei Sky mit drin und trägst den Zugang oder so? Ja, und weil ich Sky habe, ist da Paramount Plus dabei. Und deswegen bin ich jetzt in der glücklichen Lage, es auch nochmal so verfolgen zu können. Also von daher ist das eigentlich für einen deutschen Zuschauer, wenn man Sky hat, relativ komod. Also könnte komplizierter sein. Ja, aber ohne zusätzliche Kosten. Also hast du es einfach im Abo mit dabei, oder? Exakt, genau. Aber du brauchst schon das große Package. Also ich glaube mindestens, weiß nicht, ob es bei Serien, ich habe halt Sport und Film und Serien und so, von daher ist es da jetzt dabei. Ich kann dir jetzt nicht sagen, wie es ist, wenn du jetzt nur so ein kleines Sportpaket hast, dann ist es ganz sicher nicht dabei. Oder nur irgendwie so ein Mini-Paket. Ich meine, das ist aktuell, jetzt haben wir schon zum Sky-Werbe-Podcast, aber ich glaube im Moment kriegst du bei Sky für 30 Euro, glaube ich, Paramount Plus und Netflix für ein Jahr und top. Und wenn du die Einzelabos dir anschaust, dann kann sich das lohnen, kann sich das auch nicht lohnen. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber mal rechnen. Ja, ich bin gerade hier mal auf Paramount Plus und habe gesehen, was die deutschen Preise sind. Also 7,99 wollen die im Monat haben oder einmalig gerade, wenn man das im Startmonat macht, 59,99, das sind ungefähr 5 Euro im Monat. Ja, muss man sich jetzt fragen, ob es, wie du gerade schon sagst, ob es einem wert ist. Ich habe keine Ahnung, was gerade der Umfang des Ganzen ist. Ich glaube, der ist nicht so riesig. Ja, ich meine, wer Halo hat man, glaube ich, wo habe ich denn Halo gesehen? War das auch bei Sky? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Muss aber, glaube ich, bei Sky gewesen sein. Ansonsten, ja, ist im Moment eindeutig Star Trek das Zugpferd, denn auch Dexter New Blood und so. Und das lief alles schon woanders. Und ich muss jetzt das nicht wegen Paw Patrol haben. Das kann natürlich bei dir anders sein. Das wäre in der Tat eine Option, weil ich weiß nicht, wie oft wir schon Staffel 5 und 6 auf Netflix durchhaben. Die Große stört das nicht. Also sparen können wir dadurch sicherlich, dass wir es nur bei Netflix gucken. Aber bei Amazon ist es entsprechend rausgeflogen. Also alle, die Paw Patrol suchen, es war mal auf sehr vielen verschiedenen Portalen. Und jetzt ist es mittlerweile, glaube ich, fast nur noch auf Netflix und dann wahrscheinlich jetzt auf Paramount Plus exklusiv. Ist sowas nicht auch irgendwie in der ARD, ZDF, Kika-Mediathek oder so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo Paw Patrol läuft. Nee, Paw Patrol läuft, glaube ich, im Privatfernsehen. Das hat nichts mit Öffentlich-Rechtlichen zu tun. Von daher, oh, gut. Also wir können ja mal ein Paw Patrol-Review hier machen. Das kannst du gerne alleine machen. Ich kenne sogar den Film. Wow. Für alle, die jetzt noch dabei sind, vielleicht auch neu dabei sind und sich denken, okay, man redet jetzt noch über Star Trek. Wir reden über Star Trek, wir reden aber auch noch über viele andere Dinge. Genau, wir reden über viele andere Dinge auf Nerdizismus.de, denn wer uns lange hier nicht mehr gehört hat, mag vielleicht vergessen haben, dass wir ungefähr sieben oder acht verschiedene Shows haben, bei denen wir über Star Wars, über Cosplay, über Walking Dead, über Marvel DC, über alles Mögliche reden. Das findet ihr auf Nerdizismus.de, da findet ihr auch die wunderbaren Feedback-Optionen, nämlich ihr schreibt uns gerne immer wieder an info-at-nerdizismus.de, da freuen wir uns über euer Feedback oder dann gleich ganz modern über WhatsApp, die 01525-964-7709. Gerne auch per Sprachnachricht, die wir in letzter Zeit öfters mal bekommen oder ihr diskutiert fleißig live und in Farbe mit dabei auf Discord, nämlich Nerdizismus.de slash Discord, da sind immer auch ein paar Leute vertreten, die gerne und rege mitdiskutieren. Ganz genau und am meisten helft ihr uns natürlich, wenn ihr diese Show bewertet bei Spotify, iTunes oder Podcast Addict. Warum ist das so wichtig? Weil dann der Algorithmus glaubt, das wäre hier echt cool, was die Dudes hier reden und das hören viele Leute und dann spült er uns auch bei anderen Leuten in die Vorschlagsliste und wenn jemand danach sucht, nach Star Trek oder nach Star Wars oder so, werden wir prominenter gefunden. Das heißt, der Nerdizismus verbreitet sich mehr in der Welt und das wäre doch im Sinne aller, also von daher empfehlt uns weiter und hinterlasst fleißig Bewertungen. Feedback haben wir keins, war auch ehrlich gesagt nicht ganz so verwunderlich, denn wir haben ja im Sommer mit Stranger Worlds angefangen, da haben das hier noch nicht ganz so viele Leute geguckt und dann kam ja auch die nächste Folge irgendwie nicht raus. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn ich habe was anderes dabei, hatte nämlich vor einer Weile Post im Briefkasten und zwar hat uns der Lieven, der Lieven Letar, der Klingonischlehrer, den ihr kennt, ich glaube er war bei einer PK-Folge mal dabei, er war glaube ich zweimal bei uns im Podcast vertreten und wir hatten mit ihm auch einen schönen Castblas vor ein paar Jahren auf der FedCon, hat uns sein neuestes Buch geschickt. 222 Dinge, die man als Star Trek Fan einmal getan haben sollte und Michael, du hast jetzt die Ehre sozusagen mir einfach mal eine Random Nummer zuzurufen, wir nehmen es am besten nach der Seitenzahl zwischen 1 und 125 und dann möchte ich doch mal gucken, ob du vielleicht davon oder ich davon schon irgendwas gemacht hat, Dinge, die man als Star Trek Fan getan haben sollte. Ja, als Nerd muss ich einfach sagen, die 42, ne? Die 42, gucken, was wir hier haben. Den Kobayashi-Maru-Test machen, ein angeblich unüberbrückbares Hindernis für angehende Offiziere der Sternflotte. Wirst du den Test bestehen und sowohl den Frachter als auch dein eigenes Schiff retten? Bis Kirk lag der Rekord bei 11 Minuten 15 Überlebenszeit. Hast du den Kobayashi-Maru-Test mal gemacht? Ich glaube sogar, ja, war es nicht sogar, gab es nicht sogar in New York irgendeine Ausstellung mit Star Trek, wo ich war, irgendwie so war das, da habe ich mir auch die Brücke und alles angesehen und da konnte man auch beim Kobayashi-Maru teilnehmen, was das anging, aber natürlich hat das am Ende nichts gebracht. Ich habe ihn auch gemacht, nämlich bei diesem unsäglichen Interplay-Spiel, Starfleet Academy, da war der natürlich Teil der Ausbildung. Da habe ich den auch mal gemacht. Ah, kann ich den Haken dran machen? Ha, sag nochmal eine Zahl. Machen wir mal drei Stück. 13. Die 13. Eine Föderationsuniform tragen. Viele mögen keine Verkleidungen, aber eine Föderationsuniform ist keine Verkleidung, das ist eine Lebenseinstellung. Zieht man eine Uniform an, wird man zu einem anderen Menschen. Fühlst du dich schlecht, zieh deine Uniform an. Es hilft. Schon mal gemacht? Ja, deine glaube ich sogar. Ja, meine Alte vom Abi-Film und ich kann natürlich auch einen Haken dran machen. So, einen machen wir noch. Gut, weil es mich nächstes Jahr erwischt, die 40 bitte. Dreck-Rezepte aus dem offiziellen Star Trek-Kochbuch nachkochen. Während Kochen nicht unbedingt für jeden geeignet ist, ist es umso erstaunlicher, wie kreativ manche werden, wenn es darum geht, außerirdische Speisen zuzubereiten. Hast du schon mal ein Star Trek-Rezept gekocht, gegessen, bestellt? Und ich glaube nicht. Ich glaube bisher nicht. Muss ich noch machen. Ich meine, vielleicht muss ich dann einfach ein bisschen was vom Stars-Mutchen nachkochen, ne? Richtig, genau. An der Stelle mal ein kleines Shoutout an den Stars-Mutchen und seinen YouTube-Kanal. Schaut doch da mal rein. Der kocht nämlich immer Dinge aus Star Trek-Serie nach. Also ich könnte da jetzt auch, glaube ich, noch kein... Naja, ich habe halt mal Romulanisches Ale getrunken, also es war halt einfach irgendein Getränk auf einer Fatcon, das grün war oder blau war, blau war es und das nannte sich Romulanisches Ale. Aber aus dem offiziellen Star Trek-Kochbuch habe ich noch nichts nachgeschaut. Also, 222 Dinge, die man als Star Trek-Fan getan haben sollte, im Plasser Verlag erschienen, hat 125 Seiten, macht auf jeden Fall richtig viel Spaß und vielleicht, naja, für Weihnachten könnte es ein bisschen zu spät sein, aber vielleicht habt ihr jemand, der im Januar oder so Geburtstag hat und der braucht noch zwischen den Jahren ein Geschenk. Dann kommt es vielleicht noch rechtzeitig oder ihr kriegt es noch, wenn ihr es heute oder beziehungsweise morgen hört, dann noch im Buchhandel. Ja, das sollten wir auf jeden Fall mal noch erwähnt haben, die Bucketlist für Trekkies. Dann haben wir noch, Michael, da musst du mir einfach mal ein bisschen mithelfen. Was sind deine Meinungen zu Star Trek The Motion Picture? Ich glaube, habe ich schon öfters gesagt, ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsfilm. Also, es ist, ja, dadurch, dass ich das Glück hatte, nicht zu früh geboren geworden zu sein und nicht vorher Star Trek Fan gewesen zu sein, bin ich zum Glück nicht in diesen Film reingeworfen worden nach der Serie und hatte schon viele andere Optionen an Filmen, die da deutlich besser waren. Also, ich bin nie warm geworden mit dem ersten. Ich frage nämlich deswegen, weil uns auch hier vom Paramount die Directors Edition zur Verfügung gestellt wurde, die ist ja jetzt als 4K-Film-Elease neu veröffentlicht worden, mit jeder Menge Gedöns dabei. Und ich überlege mir so ein bisschen, was sollen wir damit anfangen? Also, die Kollegen vom Discovery Panel und auch die Kollegen vom Trek am Dienstag auf jeden Fall, im Discovery Panel weiß ich gerade nicht genau, die haben das Ding schon rauf und runter besprochen. Ich weiß irgendwie nicht, was wir dazu noch hinzufügen könnten, weil viel besser als die kann man es nicht machen. Deswegen mal eine kleine Frage an euch da draußen, liebe Hörer. Welcher Aspekt von Star Trek The Motion Picture findet ihr, wurde bisher noch nicht vernünftig betrachtet? Oder was sollen die Nerdizisten mal mit diesem Film machen? Schreibt uns doch mal da eure Vorschläge als E-Mail an die info at nerdizismus.de oder an die Telefonnummer. Michael? 01525-964-7709. Ganz genau. Und dann schreibt uns doch mal, was wir mit dieser Collectors Edition anfangen sollen, ob wir die besprechen sollen, ob wir einen Audiokommentar dazu machen sollen, ob wir uns eine bestimmte Szene mal Minute oder Frame für Frame anschauen wollen, so wie in diesem 5 Minuten Harry Podcast oder so. Also überlegt euch mal was, was wir mit Star Trek, der Film, der Directors Edition anfangen sollen. Alles außer eine schnöde Filmbesprechung ist sozusagen willkommen. Ich hoffe, ich habe da jetzt keine Büchse der Pandora geöffnet. Ja, mal gucken. Und während ihr euch überlegt, was wir mit dem Motion Picture machen sollen, könnt ihr ja noch den Erlebnissen von Michael lauschen, die er jetzt schon seit dem Sommer loswerden will, wie ein kleines Kind, das aufs Klo muss, tippelt er von einem Fuß aufs andere, weil er nämlich endlich seine Zero-Gravity-Geschichte loswerden will. Und da würde ich mal sagen, Michael, jetzt hast du dein Leben lang drauf gespart und bist dann im Sommer nach Genf geflogen? Nee, Bordeaux. Bordeaux, ah ja. Ins wunderschöne Frankreich, Bordeaux. Und dann ging es los. Hast du das über Jochen Schweitzer gebucht? Nein, 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 um Gottes Willen. Wenn du über Jochen Schweitzer buchst, dann zahlst du ja immer noch mal drauf. Nee, die Geschichte war so, ich habe ja schon lange mit dem Gedanken gespielt, mal so ein Ding zu machen. Also Parabelflug, was ist das denn? Werden sich jetzt viele sicherlich fragen. Parabelflug, Zero-Gravity-Flug ist die einzige Möglichkeit in der Erdatmosphäre, Schwerelosigkeit zu simulieren, zu erfahren, ja, hinzubekommen in der Richtung. Weil Schwerelosigkeit ist ja nichts anderes, als dass man fällt. Es gibt ja keine wirkliche Schwerelosigkeit, außer du bist irgendwo im Weltraum frei von jeglicher Schwerkraftquelle so in der Richtung. Und deshalb alles, was die da oben erleben auf der ISS und so, ist ein schnelles Fallen, schnelles Fallen, aber in einem Raum, sodass es vorkommt, dass man nicht fällt. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz zwischenfragen, weil du das jetzt erwähnt hast. Ja, man fällt grundsätzlich immer, aber weißt du, haha, Nerdwissen, wie der Punkt heißt, an dem du in der Tat nicht fällst, wo du im Raum bist und von jeder Seite die Schwerkraft gleich an dir zieht, damit du dich nicht wegbewegst. Ähm, nee. Das ist der sogenannte Lagrange-Punkt. Now you know it. Und jetzt weiter in der Geschichte. Weiter in der Geschichte, genau. Und das kann man machen. Und das kann man machen in Russland. Das kann man machen in Amerika. Jetzt nicht mehr selber. Ja, in Russland kann man es immer noch machen, wenn man es möchte. Also wenn man dann irgendwie die Möglichkeit dazu hat. Und man kann es machen in Europa, und zwar an zwei Standorten, in Frankreich und in der Schweiz. Da bieten es nämlich verschiedene Anbieter, nicht in der Schweiz, bietet es ein Anbieter an, und zwar Zero-G von NoSpace. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die aussprechen soll, selbst nachdem ich da war. Wo die Nebenforschungsflügen, die das ganze Jahr gemacht werden, es werden ungefähr 36 Flüge mit diesem Ding gemacht, auch ein paar Mal für die Öffentlichkeit die Möglichkeit besteht, daran teilzunehmen. Das ist nicht ganz günstig, deshalb habe ich es bisher auch noch nicht gemacht. Und vielleicht ist es auch dann so ein Midlife-Crisis-Ding, dass ich es gemacht habe, weil ich habe am Ende mit Flug und Hotel und allem drum und dran 7.000 Euro für diesen Scheiß bezahlt. Okay. Falls ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, unseren Patreon-Link findet ihr am Ende. Und Michael macht jetzt auch Onlyfans. Genau, genau. Ist nicht ganz billig, ist sogar dieses Jahr noch ein Tausender teurer geworden. Aber eine tolle Erfahrung. Ich wollte das machen, weil ich habe keine paar Millionen über, um mit SpaceX da hochzufliegen. Noch nicht, kann ja alles noch kommen. Mein El Gordo-Los war dieses Jahr leider nicht erfolgreich, was das anging. Du hast ja noch Onlyfans. Ja, ich habe ja noch Onlyfans, genau. Ich bin mal gespannt, wer jetzt wirklich danach guckt, ob ich den Onlyfans-Account habe oder nicht. Ich muss mal schnell einen aussetzen, so ungefähr. Nun gut, ich habe den Job gewechselt vor zwei Jahren, verdiene ein bisschen mehr und habe die Möglichkeit jetzt an mich gerissen, das zu machen. Nun musste ich jetzt ein Jahr da lange darauf warten, in der Tat, weil die Plätze immer relativ schnell ausgebucht sind. Und dann hatte ich drei Tage vorher, du glaubst es nicht, drei fucking Tage vorher, hatte ich die Kozeritis und alles kam unten zusätzlich raus. Drei Tage vor meinem Abfall. Hat man da eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen bei dem Preis? Ja, kann man machen. Die kostet zwar auch nochmal 300 Euro extra, aber die ist es wahrscheinlich ziemlich viel wert. Bisher musste selten einer die einsetzen, aber ich gebe nicht hier 6.000 Euro für den Flug aus und versichere mich nicht, was das angeht. Gerade in der Corona-Zeit. Das ist ja noch kritischer. Nun gut, ich hatte tierisch Glück, als ich dann nach Bordeaux runtergeflogen bin, da ging es. Ich habe extra drei Tage lang nichts gegessen. Ich war drei Tage lang krankgeschrieben bis zu dem Flug. Dann bin ich runtergeflogen. War da. Am Vorabend gab es ein schönes Essen zusammen mit den Leuten, die dabei waren. Man hat quasi sein Team kennengelernt, weil das Ganze ist in der Tat wirklich mit knapp 40 Gästen wird das veranstaltet. Man wird in 10er-Teams aufgeteilt und ist dann in diesem umgebauten Airbus. Die ehemalige Konrad Adenauer übrigens, mit der hier schon der Herr Kohl und Co. geflogen sind, die wurde irgendwann von denen gekauft und umgebaut, umfangreich umgebaut. Und die wurde dann in mehrere Abteile eingeteilt, in denen man dann diese Schwerelosigkeit erleben kann. In einem Parabelflug, der startet, einen Hochpunkt erreicht und wieder nach unten fliegt. Weil der Flieger krasser hochzieht als normal oder was? Oder warum? Ja, der muss starten. Der fliegt wirklich mit Geschwindigkeit hoch, was das angeht. Und du wirst im Prinzip nach unten gedrückt dabei, als ob du wie bei einer Achterbahn da hochfährst. So ungefähr. Und ab einem gewissen Punkt wird dir dann durchgesagt, noch 10 Sekunden, noch 30 Sekunden, noch 20 Sekunden, noch 10 Sekunden und dann eine Sekunde Ignition. Ab dem Moment hast du knapp 20, 22 Sekunden lang das, was die in dieser Parabel initiieren. Und das ist nicht nur Zero-G. Bevor du das erzählst, habe ich noch ein paar Fragen. Genau, frag nochmal. Was für Leute sind das, die da so mit waren? Wer war denn so dabei? Was sind das für Menschen, die sowas machen? Sind das alles irgendwie so Nerds, verkappte Trekkies, alles irgendwie neureiche Millionäre oder was? Was sind das für Leute, die da mitmachen? Also, wie gesagt, es waren insgesamt 40 und ich war in der internationalen Gruppe. Überraschenderweise waren in den anderen Gruppen fast nur Franzosen unterwegs. Ich weiß nicht, ob die einfach in Frankreich so dermaßen viel Werbung dafür machen, dass die Franzosen das größtenteils machen. Aber in meiner Gruppe waren auch so ein paar aus den verschiedensten Landen. Da war dann ein Krankenpfleger aus Amsterdam dabei, beispielsweise. Ein Geschäftsmann aus Frankreich, der, ich glaube, zehn Jahre jetzt zuletzt in Hongkong gelebt hat und jetzt nach Schottland gezogen ist, der es auch immer machen wollte. Und ein paar andere, halt so Weltraumbegeisterte und Leute, die sich das angespart haben und wirklich die Bock drauf hatten. Aber die unterschiedlichsten Leute, selbst ein 70-jähriger alter Mann war dabei, der das einmal mit seiner Tochter oder mit seiner Enkelin dann gemacht hat. Irgendwie so war das. Und es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich, was einem da über den Weg gelaufen ist. Alle sehr offen und sehr nett natürlich gegenüber dem ganzen Thema. Aber jetzt nicht unbedingt die Leute, die das meiste an Kohle haben, sondern die, die sich vielleicht auch einen kleinen Traum erfüllen. Okay, okay. Und muss man da gewisse körperliche Voraussetzungen mitbringen, so wie, was weiß ich, beim Tandemflug muss man ja, glaube ich, nicht schwerer als 90 Kilo sein oder sowas. Gibt es da irgendwas, was man nicht haben darf? Also generell ist es so, dass du vorher einen Gesundheitstest durchleben musst. Also ein EKG musst du machen, ein Stress-EKG. Und wenn das in Ordnung ist, dann hast du im Prinzip die Eignungsprüfung dafür bestanden. Gibt noch ein paar andere Kriterien, darfst nicht groß Herzprobleme haben und ähnliches. Aber ansonsten sind wirklich die Voraussetzungen relativ gering, was das anging. Okay, also dann hebt der Flieger ab und geht also steiler nach oben als normalerweise eine Linienmaschine. Sitzt du da noch im Sitz oder bist du da irgendwie im Stehen oder wie ist das? Du sitzt ja ganz normal in so einem Sitz drin, wie im Flugzeug auch, wie halt normal. Okay. Dann hast du ein Fenster und kannst rausgucken oder? Ich fange vielleicht nochmal von vorne an. Wir sind in diesem Teil des Flughafens, der genau dafür geeignet ist. Diese Maschine, ehemaliger Airbus und unsere, wie gesagt, die Konrad Adenauer, wurde entsprechend umgebaut, weil das Ganze nicht mit einem x-beliebigen Flugzeug machen. Das Ganze wird beispielsweise auch von vier Piloten gleichzeitig geflogen, weil da so viel Technik und so viel komplexe Steuerung dran ist, diesen Parabelflug durchzuführen, dass es im Prinzip nur vier gleichzeitig machen können. Dann haben die über der Küste von Bordeaux einen speziellen Flugraum, in dem die das machen dürfen und in dem die das nur machen dürfen und auch nur bestimmte Parabeln und sowas und dann fliegst du los. Erstmal sitzt du quasi in deinem normalen Sitz, fliegst hin bis zu dem Punkt, wo die Parabeln gestartet werden können. Wenn die gestartet werden können, gehst du in den vorderen Teil des Flugzeugs. Und das ist, ich habe jetzt nicht mehr die Fläche im Kopf, aber du hast schon eine ziemlich große, riesige Fläche, die aufgeteilt ist in vier Departments. Im Prinzip, wo das Flugzeug von oben bis unten durchgepolstert ist, weiß durchgepolstert. Keine Fenster nach draußen, also du siehst nicht nach draußen, du bist in einem geschlossenen Raum, was das angeht. Genau, du hast an allen Seiten irgendwas zum Festhalten, zwischen den Abteilungen sind Netze. Und natürlich wird dir, bevor du das Ganze machst, am Abend vorher und an dem Tag vorher in Einführung das Ganze gegeben, weil sobald dieser Parabelflug startet, also es ist wirklich so eine klassische Parabel, die man aus der Mathematik kennt, geht einmal eine Kurve hoch und wieder nach unten. Wenn der Flug startet, dann wirst du vorgewarnt. Und dann musst du als Anfänger dich auf den Boden legen, weil es gibt auch ein paar Regeln, die du beachten musst. Zum Beispiel, du solltest sowohl als Profi als auch als Anfänger während der Hypergravity-Phase nicht deinen Kopf bewegen. Ganz einfach aus dem Grund, weil unser Gleichgewichtssinn und unser Innenohr mit diesem Phänomen nicht klarkommt in dem geschlossenen Raum und du gehst quasi steil nach oben, merkst davon aber nichts, weil du in diesem geschlossenen Raum ohne Fenster bist. Also in deinem Bezugpunkt wirst du nur nach unten gedrückt. Und wenn du in dieser Phase der Superschwerkraft dich bewegst, wird dein Innenohr durcheinander gebracht und du musst kotzen und dir wird übel, so ungefähr. Heißt, da darfst du nichts machen. Dann sind 7000 Euro im Eimer. Dann sind 7000 Euro im Eimer. Und das macht auch keiner von den Astronauten und den Leuten, die dabei stehen. Wir hatten in der Tat zwei echte Astronauten dabei und einen älteren, der hat schon das Hubble-Teleskop mit aufgebaut. Einen anderen, der ist, glaube ich, zumindest in Raketen dabei gewesen. Und unser Betreuer in unserer Abteilung war der einzige Franzose, der es ins Mars One Project geschafft hat. Das war schon mal ganz spannend. Aber nun gut, alle haben da gestanden oder gelegen. Du darfst deinen Kopf nicht bewegen. Alles andere dürftest du bewegen, aber du musst halt gerade sein. Und ja, dann fliegst du hoch. Das Ganze dauert 10 bis 20 Sekunden, ist diese Schwerkraft, Superschwerkraft-Phase. Und dann in dem Moment wird dir irgendwann gesagt, ja, und los. Und beim ersten Mal war es Mars Schwerkraft. Heißt, du bist leichter als auf der Erde, aber hast immer noch einen Bezug zu deinem Gewicht. Du stehst auf und hüppst so ein bisschen höher. Was erstmal ein sehr lustiges Gefühl ist. So ein bisschen, als ob du auf so einem Trambolin bist, aber dich selbst quasi hoch ziehst. Also du bist dann ganz plötzlich auch an der Decke. Was das angeht. Gut, hast du Spaß? Deine paar Sekunden, alle haben sich angelacht. Alle hatten viel Spaß. Alle waren völlig orientierungslos. Also du darfst auch nicht viel mit den Armen rudern, weil dann klappt das Ganze nicht so. Dann verlierst du dein Gleichgewicht. Dann kommt die Schwerkraft-Phase, die Superschwerkraft-Phase. Du wirst wieder vorher gewarnt in 10 Sekunden. Das heißt, du musst dich bereit machen. Die Leute, die Anfänger sind, sollen sich wieder auf den Boden legen. Kopf nicht bewegen. Und dann bist du wieder für deine 10, 15 Sekunden in der Superschwerkraft-Phase. Weil das Flugzeug quasi beim nach unten fliegen extrem abbremst. Vorher, wenn die Parabel startet, fällst du quasi mit dem Flugzeug in diesen geschlossenen Bereich. Und das kommt dir so vor, als wärst du schwerelosig. Aber nichts anderes ist das, was wie gesagt auch die Astronauten da oben erleben. Also du bist in einem geschlossenen System und fällst zusammen mit diesem System, ohne dass irgendwas jetzt schneller fällt als das andere. Und das ist auch die einzige Möglichkeit über so einen Parabelflug, Mond- und Marsschwerkraft überhaupt zu simulieren. Kannst du sonst nirgendwo anders machen. Wir haben kein Ding im Weltraum, was sich drehen kann, wie wir es in jedem Science-Fiction-Film kennen. Also das ist wirklich, wenn man für Mars oder so trainieren würde, für die Schwerkraft ist das die einzige Möglichkeit für Mars und Mond, außerhalb des Mondes oder des Mars, das zu machen. Woanders geht das nicht. Genau. Zweites war, zweite Parabel, Mond-Schwerkraft. Und da ist man wirklich schon ganz gut abgehoben. Und das war, hast du dich wie so ein Gummibärchen gefühlt. Also wirklich wie so ein Gummibär, hast du ein bisschen gehüpft. Und auf einmal war es dann unter der Decke sehr viel Spaß und alle haben bei der dritten Parabel dann den Moonwalk in Richtung Kamera gemacht. Du wurdest nämlich nebenbei gefilmt, du sollst, kannst dein Handy mitnehmen, solltest aber nicht machen, weil für das Geld und für die kurze Zeit sollst du dich besser auf die Atmosphäre konzentrieren als auf deinen Instagram-Accounts ungefähr. Und dann ging so. Also schlecht wird einem da nicht. Naja, anfällig für sowas, wenn du Achterbahn fährst. Wird dir denn schlecht? Das ist das Lustige. Selbst wenn dir auf der Achterbahn schlecht werden würde, wäre das kein Indiz dafür, dass dir bei einem Parabelflug schlecht wird. Ah, okay. Weil das ganz andere Kräfte sind, die auf dich wirken und mit deinem quasi Gleichgewichtssinn rumspielen. Deshalb, also solange du dich an die Superschwerkraftphase hältst, sollte das meistens in Ordnung sein. Du kannst, hast vorher ein Reiseübelkeitsmedikament bekommen, falls doch irgendwas eintreten soll. Und die haben auf diesen Flügen das auch bewusst auf 15, 16 Parabeln begrenzt, weil das so ungefähr die erforschte Grenze ist, dass einem nicht schlecht wird bei solchen Flügen. Okay. Ja, alles was darüber ist, dann wird es selbst auch professionellen Astronauten und die, die es immer machen, denen wird dann mulmig zumute. Wir hatten Pech. In unserer Gruppe waren zwei, denen ist ein bisschen übel geworden. Normalerweise hasse nicht mal einen auf diesen Flügen von den 40 Leuten, denen schlecht wird. Also wir haben die Statistik total gecrasht auf diesem Flug, was das angeht. Und die hatten leider ein bisschen Pech. Die eine hat es schon mal gemacht, aber die hatte Glück, dass sie es schon mal gemacht hat. Aber bei diesem Flug hat sie sich morgens auch schon nicht wohl gefühlt. Und deshalb hat das wahrscheinlich noch mit reingespielt. Aber normalerweise, zu deiner Frage, muss es nicht sein, dass wenn dir bei anderen Sachen schlecht wird, dass dir auf dem Parabelflug schlecht wird. Dafür ist dann gesorgt, dass du halt nur diese 15, 16 Parabeln machst. Verstehe. Und Kotztüten liegen aber trotzdem just in case überall um. Oder schwebt das halt da durch den Raum? Jeder hat einen wunderbaren, professionellen Raumfahreranzug bekommen. Also du hast wirklich so ein Overall mit ganz vielen Taschen drin und in einer Tasche ist auch eine Kotztüte dabei. Hast du den behalten dürfen? Ist der im Preis mit drin? Ja, ja, ist im Preis mit drin. Den musst du natürlich auf der Fetcon anziehen dann. Also hallo. Ja, klar. Ich habe ein schönes Käppi. Man hat einen eigenen Batch bekommen, der an einem dranhängt und den man abmachen könnte. Man hat ein Zertifikat am Ende dafür bekommen, dass man wirklich Astronaut für einen Tag war, so ungefähr. Und man hat alles, was man da gemacht hat, wurde von professionellen Fotografen und von in jeder Abteilung zwei GoPros aufgenommen. Man hat das Rohmaterial davon bekommen. Und also du wirst überglücklich sein mit dem Material, was du da hast. Ich kann mir alle 16 Parabeln aus zwei Perspektiven immer komplett nochmal anschauen, was das angeht. Ich habe vor über 20 Jahren einen Bungee Jump gemacht, aber so einen richtigen. Jetzt nicht auf der Kirmes, sondern so von der Brücke runter fast ins Wasser rein. Es war, wenn du dann hoch, wieder hoch dobst, bist du ja auch für eine Sekunde, stehst du ja in der Luft. So ein bisschen schwere los. Also es ist ja nur eine Sekunde, dann fällst du ja wieder runter. Es war ein sehr angenehmes Gefühl, auch so ein Bungee-Seil, das dehnt sich ja sehr langsam. Also das ist nichts Ruckartiges und so weiter. Worauf ich aber hinaus bin, ich war locker, also den ganzen Tag war ich völlig high. Und den nächsten Tag also auch noch so bis mittags. Da ist man auch voll mit Adrenalin, denke ich mal, oder? Du kommst aus dem Grinsen nicht mehr raus. Also erstmal nach den ersten Parabeln, so Mond und Mars, haben sich auch alle schon, egal welchen Alter es da mit einem drin war, haben sich alle angegrinst. Keiner konnte die Mundwinkel runterziehen, keiner konnte die Merkel machen, was das angeht. Und dann ging es los. Dann war die vierte Parabel. Und das war dann ein Gefühl, also du hast dich leicht abstoßen sollen. Und warst plötzlich schwerelos. Hast plötzlich etwas gefühlt, was ich ehrlich gesagt nicht mal vergleichbar irgendwo anders bisher gefühlt habe. Ich habe Fallschirmsprung gemacht, ich war im Windkanal, ich habe verschiedene andere Dinge schon gemacht. Bungee-Jumping bisher noch nicht. Aber dieses Gefühl von Schwerelosigkeit ist unglaublich schwer zu beschreiben und wirklich mit nichts vergleichbar. Es ist so, als ob du zum ersten Mal in deinem Leben einen Sonnenaufgang siehst. Es ist so, als ob du zum ersten Mal in deinem Leben Luft atmest, so ungefähr, rein Luft. Das ist ein Erlebnis und ein körperliches und physisches und mentales Gefühl, was du in dieser Form, zumindestens ich in meinen 39 Jahren, noch nie im Ansatz erlebt habe. Also es ist auch mit Tauchen nicht zu vergleichen und irgendwie so Wasser treiben lassen oder so. Nein. Also wenn ich es ansatzweise vergleichen würde, stell dir vor, du bist im Wasser am Tauchen, hast den Widerstand nicht von dem Wasser, hast den Auftrieb nicht von dem Wasser, hast auch nichts irgendwie groß an dir dran. Du bist einfach, du schwebst einfach rum und jede kleinste Bewegung, die du machst, hat auf irgendwas Auswirkungen. Also du hast natürlich am Anfang das Gefühl, du müsstest dich irgendwie stabilisieren. Geht nicht, funktioniert nicht, dadurch kommst du ins Trudeln, was das angeht. Der kleinste Abstoß von irgendwas bringt dich schon in eine gewisse Richtung hin und du musst erst mal überhaupt komplett damit klarkommen. Die Betreuer, die da mit dabei waren, es waren immer so zwei, drei Leute dabei, die haben einen rechtzeitig in die richtige Position gebracht und haben dafür gesorgt, dass man nicht ganz die Kontrolle verliert. Die hatten erst mal auch alle Hände voll zu tun, dass nicht jeder gegen jeden erst mal geknallt ist. Und ja, du brauchst halt entsprechend auch deine Übungen des Ganzen und nach ein paar Parabeln hast es drin und nach ein paar Parabeln habe ich auch dann es hinbekommen, erst mal zu sitzen beim Startener Parabel und dann auch zu stehen und sogar am Ende im Stehen zu landen, was das angeht. Also nicht einfach runter zu plumpsen. Es gibt eine Parabel, wo ich wirklich etwas unglücklich plumpse und ich dann erst mal gefragt werde, ob ich mir irgendwas getan habe. Ne, das ist also dieses Gefühl, das zu haben, vor allem sich darauf einzustellen, dass im Prinzip es auch kein Oben und Unten bei dem Ganzen gibt. Das ist schon so dermaßen einzigartig und wirklich mit nichts zu vergleichen und dieses High, was danach war. Du hast gesagt, das war für dich noch den ganzen Tag. Bei mir war es noch lange danach. Und wir wurden auch zwischendurch gefilmt und am Ende wurden wir gefilmt und gefragt, wie es uns gefallen hat. Ich war wirklich eine Sekunde davor, in Tränen auszubrechen. Aus Glück. Man hat mich interviewt und ich konnte es kaum noch an mir halten, weil es einfach so ein krasses, einzigartiges und unbeschreibbares Erlebnis war, dass man diese Gefühle einfach nicht in sich drin halten konnte, was das anging. Also haben auch die Betreuer einem vorher gesagt und der Jeremy Sager, der einem erklärt hat, was einen erwartet. Das ist wie eine Droge. Du willst es immer und immer wieder machen, wenn du die Kohle dafür hast. Und es ist, ja, 16 Parabeln, 22 Sekunden ist jetzt nicht die Welt und jetzt mittlerweile 7000 Euro ist auch enorm teuer dafür. Aber es war jede fucking Sekunde davon wert. Und wenn ich das Geld hätte ohne Probleme, dass ich jetzt sagen würde, ich brauche mir kein neues Auto holen, ich brauche mir keinen tollen Ledersitz oder sowas holen, ich würde es direkt wieder machen, weil es einfach so dermaßen geil und unbeschreiblich ist. Und wenn jemand das Geld dafür überhätte und sich nur ansatzweise interessieren würde, würde ich es jedem empfehlen, das zu machen, weil das ist ein Erlebnis, das kannst du nicht mit was anderen vergleichen und da ist keiner ohne tiefe Eindrücke von rausgekommen. Also ich kann das Gefühl nachvollziehen, nicht das Schwerelosgefühl, aber dieses Ergriffenheitsgefühl, das habe ich bei anderen Dingen auch. Ich glaube auch, wenn du gerade davon erzählst, hast du vielleicht auch nochmal Gänsehaut bekommen, es gibt ja solche Erlebnisse im Leben, die man hat. Bei mir sind die witzigerweise immer sehr sportlicher Natur, also nicht, dass ich das war, aber ich war halt im Stadion bei gewissen Ereignissen, die wir heute noch Gänsehaut machen. Ich kann das absolut nachvollziehen und das ist dann wirklich auch jeden Penny wert. Klar, ist noch auf dem Brett. Was sind da alles mit drin? Also die Flüge sind drin, wie lange dauert der Flug? Eine Stunde dann, alles in allem? Naja, also du bist ungefähr 20, 30 Minuten unterwegs zu dem Punkt, wo die Parabelflüge starten und dann fliegst du vier Sets des Ganzen. Also vier Sets, vier Parabeln, in denen es auch gewisse Aktivitäten gibt. Also die sagen, erstmal waren es die Mund- und Marsparabeln, dann zwischen jedem Set gibt es fünf Minuten Pause, zwischen jeder Parabel gibt es eine Minute Pause. Also quasi, wenn du aus dieser Superschwerkraft rauskommst, ist eine Minute Zeit oder zwei Minuten waren das irgendwie so, Zeit sich wieder vorzubereiten. Hast du zwischen jedem Set fünf Minuten und dann kann man sich ausrechnen, Superschwerkraft 20 Sekunden, Zero Gravity 20, 22 Sekunden und dann wieder 15, 20 Sekunden, wo es aufhört. Und das ist ungefähr Stunde, anderthalb Stunde, wo du da unterwegs bist und dir gesagt wird übrigens auch, dir wird gesagt, wir fliegen 15 Parabeln, da stehen 15 Parabeln auf diesem Plan drauf. Und am Ende der 15. Parabel, wo alles nochmal so eine Free-Activity-Ding war, haben alle geklatscht, alle super und dann fingen die Betreuer an mit Zugabe, one more time, one more time und wir so, ja klar, one more time, one more time. Das war bei denen eingeplant, aber dann hast du es, ohne es zu wissen, wirklich nochmal die 16. Parabel geschenkt bekommen und dann bist du nochmal darin abgegangen. Also ich habe jedes Mal meinen Spider-Man gemacht, ich habe mich unter die Decke gehangen wie Spider-Man und hatte bloß niemanden da, dem ich den Kuss dann am Ende geben konnte und bin dann nochmal ein bisschen rumgeschwungen. Also wer Interesse hat, ich teile das Material gerne davon. Wir posten das hier unter den entsprechenden Episoden, da verlinken wir das, beziehungsweise hast du es auf YouTube hochgeladen oder? Nee, ich glaube ich habe es auf Insta bei mir. Also wir werden es auf jeden Fall verlinken, ihr werdet das dann finden. Hotel und so ist auch dabei, Essen dabei, Anreise, alles dabei? Nee, also Anreise und Hotel musst du selber bezahlen. Der Grundpreis, den ich bezahlt habe, war 6.000 Euro, jetzt ist der 7.000 Euro. Also in diesen 6.000, in der Schweiz ist es glaube ich 8.000 oder 9.000 Euro, was das angeht. Ja klar, es ist ja auch die Schweiz, aber du kriegst vielleicht ein Schockgitter zu. Es ist ja auch die Schweiz, müssen wir es hier machen. Das ist ein falscher Akzent. Ja, nee, da drin ist, du hast, wenn du es rechtzeitig schaffst, ein Dinner abends vorher, du hast ein Treffen mit deinen Betreuern, du hast die ganze Vorbereitung, was das angeht. Also du saßst erstmal so eine Stunde da und dir wurde alles erklärt. Du hast diese Anzüge mit drin, du hast das Essen danach mit drin. Also danach gibt es nochmal quasi ein kleines Aktivitätsprogramm, wo es Essen gibt, wo es dann einen Vortrag von einem Astronauten, der mitgeflogen ist, dabei gibt. Du hast ein Diplom mit dabei, wie wird in so einer Ledermappe so ein Diplom gegeben, wo du vor dem Flugzeug stehst und du hast die ganzen Dateien mit den beiden GoPros und von den Fotografen, die dazwischendurch dabei waren, hast du auch nochmal als Rohdateien und geschnittene Dateien dabei. Also das ist insgesamt schon ein ganz nettes Paket. Das ist wirklich nicht billig, aber die haben uns auch wirklich gesagt, also die Leute, die mitgeflogen sind, machen das größtenteils als Erdenamt, auch wenn die bei Wissenschaftsflügen natürlich mehr bezahlt werden. Und alles, was dieses NoSpace da organisiert, ist quasi zum Selbstkostenpreis mit ein bisschen was drauf und dann weitere Flüge zu finanzieren. Aber verdienen tut an dem Ding quasi keiner groß was. Das ist einfach nur die Liebe an der ganzen Thematik. Ja Mensch, man merkt, dass es dir ein einschneidendes Erlebnis war, denn so viel Werb, wie du es gerade vorgetragen hast, also jetzt hast du mich ein bisschen neugierig gemacht. Ich muss mal im Sparschwein gucken, vielleicht finde ich ja was. Und ich mache halt auch Onlyfans wie du. Ich habe mir gesagt, vielleicht alle zehn Jahre kriege ich es einmal hin, das rauszuhauen. Sag in neun Jahren Bescheid, wenn du dabei sein willst. Allerdings ist es, es wird auch empfohlen, vielleicht das nicht mit Freunden oder Familie groß zu machen, damit man nicht zu viel Ablenkung bei diesem Flug hat. Man soll sich halt wirklich schon auf das Erlebnis konzentrieren. Ja, verstehe ich. Ich bin ja, ich bin ja optimistisch, in meinen Lebzeiten nochmal in den Meldraum zu fliegen. Ich bin da wirklich optimistisch, dass sowas wie dieses Space, war das SpaceX oder Shatner mitgeflogen ist? Weiß nicht mehr. Nee, das ist Blue Origin, wo Shatner mitgeflogen ist. Whatever. Ich bin ja guter Dinge, dass so ein Flug auch noch zu meinen Lebzeiten irgendwie so in den 10.000, 15.000 Euro Bereich käme. Da würde ich anfangen zu sparen. Also ganz ehrlich, ja, vielleicht, um den Weltraum gesehen zu haben, um Schwerelosigkeit zu erleben, nicht so einen Flug machen. Wahrscheinlich. Weil ich habe mir auch die Videos von, ich habe mir von denen das angesehen, des viel kürzeren Zeitraums, viel weniger Platz in diesen Kapseln, die dabei ist. Also du kannst dieses Erlebnis der Schwerelosigkeit eigentlich nur auf so einem Parabelflug ordentlich mitbekommen und verarbeiten, was das angeht. Ja, es sind wahrscheinlich zwei verschiedene Aspekte. Das eine ist halt den Planeten Erde mehr oder weniger in seiner Gänze zu sehen, wobei das schaffst du ja auch nicht ganz, aber vielleicht ja dann 20, 30 Jahren. Das andere ist das Schwerelosigkeitsding. Ja, wahrscheinlich. Das sind einfach zwei verschiedene Sachen. Punkt. Ja. Ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich, also, wenn mich jemand auf die ISS einladen würde, ich würde direkt mitkommen. Ich würde da auch gerne, ich würde da auch ein halbes Jahr verbringen, was das angeht, auch wenn das wahrscheinlich extrem anstrengend und extrem fordernd ist, was ich mir da alles angesehen habe. Ich wäre direkt dabei. Aber man muss auch sagen, also ganz abgesehen von dem Aspekt, dass natürlich auch so ein Charterflug, der dann nur für 40 Leute ist, vielleicht nicht unbedingt das Beste für die Umwelt ist, sind diese ganzen SpaceX und Blue Origin Dinger, ehrlich gesagt, für das, was da gemacht wird, eine ziemliche Sauerei und Umweltverschmutzung, was da stattfindet. Ist noch ein anderer Aspekt, der vielleicht da mit reingedacht werden soll, was das angeht. Du wärst ja kein deutscher Staatsbürger, wenn du jetzt nicht diesen Aspekt auch noch reingebracht hättest. Aber einen Aspekt kann ich übrigens zum Parabelflug noch mit reinbringen. Und der passt wunderbar zu Nerdizismus. Hast du Nerdizismusaufkleber im Flugzeug hinterlassen? Nicht ganz, aber die werden nicht nur für Forschungsflüge gebucht, sondern auch zum Beispiel für Filmdrehs. Da wird es gemacht. Und einer der Filmdrehs, die damit gemacht worden sind, war Tom Cruise mit der Mumie, falls du dich an die Szene in dem Flugzeug erinnerst. Ja, da wo nachträglich der Schrei noch drauf montiert wurde, beziehungsweise wo im Trailer, oder war das im Trailer, fehlte die Musik, da war nur der Schrei dabei. Ja, ich erinnere mich. Genau. Und das Ding haben die, dafür haben die das umgebaut, entsprechend das ganze Flugzeug, das Innenleben davon und sind dann viel geflogen. Und Tom Cruise kann sagen, dass ihm da nicht schlecht drin geworden ist. Dem ist nicht schlecht geworden, aber der hatte auch das Sagen, wann die Parabeln vorbei waren. Und dementsprechend war das dann so. Ja, liebe Leute da draußen, fangt man fleißig an zu sparen und dann könnt ihr sowas auch machen. Und ich glaube, jetzt können wir so langsam mit dem Star Trek Podcast anfangen, oder? Mit dem Postcast, ja. Wir können ja mit dem Star Trek Podcast anfangen. Mit dem Postcast, ne? Genau. Weil im Postkasten vom Postcast ja nichts drin war, steigen wir jetzt mal ein und machen unseren Star Trek Podcast mal weiter. Da haben wir letztes Mal die Folgen drei und vier besprochen. Und die kamen ja bei uns auch wirklich schon ganz gut weg. Und jetzt haben wir zwei doch sehr grundverschiedene Folgen, nämlich die Folge 5 Spock Amok und die Folge 6 Lift Us Where Suffering Cannot Reach, also auf Deutsch erhebe uns dorthin, wo das Leid nicht hinkommt. Fangen wir mal mit der Folge 5 an. Spock Amok, worum geht's? Während der Reparatur der Enterprise auf Sternenbasis 1 unternehmen zwei fehnliche, verbotene Spaziergänge im Weltraum Nummer 1 und Lan Nguyen Singh erwischen die beiden Abenteurer und lernen das geheime Enterprise Bingo kennen. Unterdessen rutscht Spocks Beziehung mit Te Pring, immer noch so ein selten dämlichen Name, okay, in eine Krise. Deshalb tauschen die beiden Verlobten ihren Geist miteinander. Dann musste Pring im Körper von Spock an diplomatischen Gesprächen teilnehmen. In der Haut seiner Auserwählten versucht Spock, labile Vulkanier auf den Pfad der Logik zurückzuführen. Soweit mal die kurze Zusammenfassung auf Fernsehserien.de. Das war jetzt mal so eine Folge, wie man es auch früher gerne mal hatte. Da gab es auch immer so mal so eine lustige Comedy-Folge, die nicht ganz so ernst genommen war. Und hier haben wir erstmal ein ziemlich langes Cold Open von 15 Minuten. Das ist schon ziemlich lang. Und in diesem Cold Open wird eigentlich schon durch diese lustige Comedy-Musik, also viel Pizzicato bei Geigen und Streichern und so weiter, wird eigentlich der Ton dieser Folge schon festgelegt. Und ich meine mich zu erinnern, dass du mir im Sommer gesagt hast, du hast sehr gelacht bei der Folge. Ich fand die super, ich fand es wunderbar, dass mal auch so eine Episode dazwischen sein konnte. Ja, hatten wir bei Discovery auch, aber nicht in der Art, in der Self-Contained-Story, Star Trek-mäßig, wie es ihr ist, wo es um die Charaktere und nicht um die Story ging. Ja, vor allem ging es auch ganz klassisch TOS-mäßig los. Wir haben erstmal einen Traum von Spock, wo also die Spock'sche Phobie, nicht als Vulkanier anerkannt zu werden, gegen den Vulkanier-Spock kämpft. Und dann kann man auch mal Ethan Peck so ganz ohne Make-up und mit normaler Friese sehen. Ja, ungewohnt, ne? Ja, allerdings. Und dann kämpfen sie, wie seinerzeit in der TOS-Folge Amok Time, mit Lirpas, so heißen diese klingonischen Lanzen. Und dann kommt sogar die alte Musik, die immer bei Kämpfen, bei Arena-Kämpfen in TOS war. Ach, da musste ich schon sehr lachen. Und da waren wir irgendwie klar, okay. Genau, und da war mir schon irgendwie so klar, ich glaube, so ganz ernst wird die Folge irgendwie nicht, weil das war schon, also es war einfach schon ein schöner Not, muss man ganz ehrlich sagen. Fand ich wirklich toll. Und dann haben sie sogar dran gedacht, dass er den, der menschliche Spock, also der Ethan Paxan sozusagen, den gleichen kleinen Schnitt auf der Brust kriegt, den Spock 1 Kirk dann oder Kirk noch hinzufügen wird in ein paar Jahren respektive in der Tor-Serie, das war sehr spaßig, also das war wirklich eine schöne Sache und sie haben sich davor bewahrt, einen Traum im Traum zu machen, denn als er da vorm Spiegel steht, dachte ich schon, ah jetzt kommt bestimmt wieder die Traum-Traum-Nummer, aber nein haben sie nicht. Ne, also sehr schöner Einstieg auch, was das alles anging, ich war ja zumindest skeptisch in der ersten Episode, was diese Beziehung von ihm anging, fand es gut, dass sie das nicht ganz auf die Hinterbank gesetzt haben und sogar ihr eine Episode gespendet haben. Ja, ich meine mit Tipbring wird laut Canon-Büchern etc. noch einigen Aussagen später doch noch ein bisschen was passieren, also mal gucken, ob sie sich daran halten, das ist so ein, mit dem Mindmeld könnte das vielleicht später noch so ein Problem geben, weil die Tipbring nämlich eigentlich den Spock gar nicht so sehr mag, zumindest bisher, aber vielleicht ändert sich ja das noch. Ich fand, ich weiß nicht, es ist ja aufgefallen, dass diese Starbase 1, dass die ja in Discovery schon mal vorkam. Die war nämlich von den Klingonen zerstört in der ersten Staffel. Und wir hatten uns über eine Reaktion, ich glaube von Tilly in Disco auch seiner Zeit etwas ausgelassen, dass als nämlich die Discovery dann zum ersten Mal das neue Starfleet Headquarter sieht und dann die Biosphäre mit dem Wald sieht, da rastet, ich glaube sie rastet völlig aus oder die ganze Crew rastet irgendwie aus. Und ich habe damals irgendwie schon so gesagt, so hä, so ein Habitat-Biosphären-Ding ist doch irgendwie jetzt nichts, wo man sich im 9. Jahrhundert oder 9.000. Jahrhundert oder wo die da sind, noch irgendwie wundern müsste, aber okay, also hier sehen wir die Biosphären bei Starbase 1 auf jeden Fall. Und sie erwähnen sogar, dass die von den Klingonen zerstört worden ist, die Starbase, und jetzt wieder hergerichtet wird. Ist so. Ja, ein bisschen kennen muss ja noch. Ja, 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 und da nimmt man aber so schön Bezug. Und das fand ich wirklich ganz, ganz nett. Und jetzt beim zweiten Mal gucken, in Vorbereitung jetzt hier nochmal, ich habe das ja im Sommer schon mal gesehen, da muss ich jetzt auch eine Notiz vom letzten Mal wieder streichen, weil ich hatte mir da drauf geschrieben, dass Spock ja ein unglaublich großes Quartier auf der Enterprise hat, aber das ist ja gar nicht sein Quartier auf der Enterprise. Das ist ja auf der Starbase. Ja. Aber er hat unglaublich unpraktische Gläser. Sind dir diese Gläser aufgefallen? Da könntest du überhaupt nicht draus trinken. Die haben so, da sind so, da kommen so einzelne Stäbe aus, also der Glasrand ist nicht rund, also schon rund, die Grundform, aber der Glasrand ist nicht glatt, sondern da sind so einzelne Kristalle hier wie bei Superman, die Eiskristalle so ungefähr, kommen so rechts und links aus diesem Glas raus. Das kannst du überhaupt nicht trinken damit, ohne dass du rumsapperst. Ah, ja, 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 genau. Ich habe dieses Bild im Kopf von den Dingern, ja. Das war irgendwie, das war fast schon so ein Dekanter für mich, kein Glas. Ja, aber auch da, also gut, vielleicht war das eine, nee, die Karaffe stand hier in der Mitte, also komische Dinger waren das irgendwie. Das war wirklich sehr, sehr, sehr seltsam. Vielleicht trinkt man mit Strohhalm. Ja, genau. Ja, und dann haben wir, um jetzt einfach mal bei Spock und Timbrink zu bleiben, wir haben ja so A, B und C Story hier sogar, oder A, naja, A, 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 B und C, so ein bisschen, mal gucken. Wir haben auf jeden Fall so einen klassischen Body-Switch-Film, einen Körpertausch-Film. Fallen dir Körpertausch-Filme ein? Boah, also Filmen, ich würde eher, ich muss eher an Serien denken. Ja, ich glaube, in Stargate gab es eine Episode, wo ein Body-Switch dabei war, die fand ich ganz lustig. Aber es kommt, also die werden ja meistens für so Comedy-Sachen benutzt, diese Body-Switch. Und es kommt wirklich drauf an, wie es gehandelt wird. Manchmal funktioniert es nicht so gut. Hier dachte ich auch erst, oh nee, so ein Klischee wird verarbeitet. Aber es ist eigentlich immer wieder eine ordentliche Methode, um einen wirklich in die Haut des anderen schlüpfen zu lassen. Um zu verstehen aus verschiedenen Perspektiven, wie vielleicht eine Beziehung funktioniert oder nicht funktioniert. Also mein liebster Körpertausch-Film ist eigentlich Solo für zwei mit Steve Martin. Den haben wir übrigens auch mal im Rahmen unserer Corona-Reihe, Zeig mir Deins, ich zeig dir meins besprochen. Müsst ihr mal da suchen, da haben es vor einfach nicht gehört, ich mal drüber gesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das war ein ganz netter Gag, okay. Okay, allerdings fand ich halt am Ende, oder das Problem ist, es haben halt zwei Vulkanier miteinander getauscht. Die sind jetzt halt nicht so grundverschieden. Wenn jetzt, gab es nicht sogar mal eine DS9-Folge, wo Odo mit Quark irgendwie tauschen muss? Ja, mindestens. Also es gab es ja, in jeder Star Trek-Serie gab es ja mindestens einen Buddy-Switch. Ja, und das macht natürlich dann den Spaß aus, wenn du so krasse Gegensätze hast. So hatten sie zwar ihre Ängste, ob sie jetzt genau diese Aufgabe dahin kriegen. Und natürlich mussten auch Plot-Convenience-mäßig genau die beiden dann jeweils diese Aufgabe übernehmen. Okay, aber das, naja, da hätte ich irgendwie Pike mit Spock geswappt oder so. Wäre, glaube ich, lustiger geworden. Ja, ich fand es eigentlich schon ganz gut, wie die es gemacht haben. Es wäre wahrscheinlich noch deutlich mehr Potenzial da gewesen in späteren Staffeln, um gewisse Charaktere zu vermixen. Aber ich glaube, um diese Beziehung mal ins Rampenlicht zu bringen, war das schon ein ganz gutes Mittel. Vor allen Dingen, weil Spock ja wirklich hier noch mit seiner menschlichen Hälfte ganz schön hadert. Oder mit seinen beiden Hälften sehr hadert. Ja, ich meine, immerhin sagen sie es ja gleich dem Pike. Das ist ja auch schon mal so ein bisschen, normalerweise versuchen die Leute den halben Dreiviertel Film ja immer dann damit durchzukommen, ohne irgendjemand Bescheid zu sagen. Also von daher war das ja eigentlich ganz, ich meine, Beziehungen waren ein Thema in dieser Folge. Also Spock und Tepring, die Beziehung der Föderation zu diesen, ich weiß gar nicht, wie die hießen, ihr werdet es wissen da draußen, die Beziehung von Chapel zu Ortega. Schippen wir jetzt hier Chapel und Ortega? War mir gar nicht mehr so bewusst im Kopf, dass die beiden was miteinander hatten. Die hatten sie ja auch nicht, aber am Ende wird das so ein bisschen angedeutet oder so. Dass sie zumindest die Chapel sich so ein bisschen dafür interessiert, ganz am Ende der Episode. Da bist du schon eingenickt. Ich glaube schon. Ich glaube, ein bisschen wird es zumindest angedeutet. Ja, da ist auf jeden Fall eine gewisse Chemie zwischen den beiden. Ja, irgendwie sowas. Chapel und Ortega, nicht La Nune and Sing, das habe ich gerade verwechselt, weil ich nämlich schon gedanklich beim Nächsten war, nämlich Number One und Nune and Sing, die erleben ja sozusagen die größere B-Story, die auch durchaus seinen Comedy-Aspekt hatte, nämlich dass rauskam, dass der Spitzname von Number One ist, Where Fun Goes to Die. Passt, ich meine, die beiden passen ja auch wunderbar zusammen. Es ist für mich immer noch Drummer, also von daher, Drummer und Number One passen gut zusammen. Hast du dir die mal gepaust und hast dir auf dem Pad die Aufgaben angeschaut? Nee, habe ich in der Tat nicht gemacht, das ist ein guter Hinweis, hätte ich mal machen sollen. Ich habe es natürlich gemacht. Sie haben leider nicht alle durchgespielt. Oder nicht alle gezeigt. Ja, aber sie haben sie zumindest gezeigt. Also die erste Aufgabe ist, benutze den Transporter, um ein Kaugummi zu aromatisieren. Oder zu rearomatisieren. Da frage ich mich aber, wie soll das, warum? Also du kaust den Kaugummi, der schmeckt nach Pfefferminz, dann schmeckt er nicht mehr nach Pfefferminz, dann lässt du dich beamen und zurück beamen und dann schmeckt er wieder nach Pfefferminz. Warum sollte er das tun? Wahrscheinlich, weil der Transporter einfach nur die Patterns von einem Kaugummi gespeichert hat und das wieder zurück packt in deinen ursprünglichen Zustand. Das heißt, ich kriege ein anderes Kaugummi dann? Naja, du kriegst eigentlich im Transport ja, aber das ist die alte Diskussion mit anderen Menschen noch wieder dabei raus. Aber letztendlich macht es ja auch nichts anderes als ein Replikator, dass wieder die Atome neu zugeordnet werden, dass es wieder das ursprüngliche Kaugummi ist. Also vielleicht kann jemand der Hörer mal sagen, wie das funktionieren soll. Was mir nur so aufgefallen ist, dass Crusher in TNG noch nie von einem Kaugummi gehört hat an einer Stelle, kann ich mich daran erinnern. Da ist für die ganze TNG-Crew, ist glaube ich, das Phänomen Kaugummi völlig neu. Also innerhalb von den nächsten 100 Jahren werden Kaugummis abgeschafft. Gibt's nicht mehr. Zu viele Panels verklebt. Ja, aber stopp, stopp, Moment, aber wir hatten nicht, hatten nicht, die kommen ja dann später wieder, weil doch Michaela hat doch ihren Glückskaugummi unterm Sitz. Ja, aber die ist ja auch zu ähnlichen Zeit. Ja, aber hat sie den nicht erst, wann braucht sie denn ihren Glückskaugummi? Den braucht sie doch später im 75. Jahrhundert dann, 32., das war noch über die Sinne, hab's vergessen, hab's verdrängt. Ja, aber da wird's ja sicherlich kein Problem sein, sich nochmal einen Kaugummi zu... Ja, ja, aber da kennen sie's dann wieder. Also Kaugummis, liebe Freunde, sind ein Kanonbrecher hier, ja. Nee, aber was denkst du denn, was ein Replikator nicht alles in seiner Datenbank hat, wo sich niemand jemals dran erinnern wird? Das ist natürlich ein guter Punkt. Der nächste Punkt auf der Liste ist ein Phaser-Betäubungsduell. Ja, ich mein, ich hab schon Angst davor, an eine elektrische Fliegenklatsche zu packen. Oder es gab ja auf der Kirmes immer diese Elektro-Dinger, die man anpacken konnte. Wie lange kannst du aushalten? Und dann hat man die Ketten gebildet mit ganz vielen Leuten. Dass wer es zuerst loslässt, hat verloren, so ungefähr. Ja, oder elektrische Viehzäune oder sowas. Ja, mag ich auch nicht so lange anhalten. Ich weiß noch, ich hab früher mal als Kind, als mein Vater den Rasen gemäht hat, war irgendwo ein Riss oder Loch im Kabel. Und dann hab ich das Kabel angefasst und hab auch übelst eine gewischt gekriegt. Da bin ich auch richtig durch den Garten geflogen ins Gebüsch. Das war gut gescheppert. Du, ich hab ja schon das Problem, wenn ich im Winter mit entsprechenden Schuhen rumlaufe und überall anpacke und mir einen wische oder irgendwas anhabe, dann wäre ich handscheu. Dann nehme ich überall meinen Schlüssel mit hin und packe erstmal den Schlüssel überall dran, damit das nicht direkt von meinem Finger ausgeht. Dann gibt's die Turbolift-Schrei-Challenge. Die geht über drei Best of Three. Die haben wir erst nicht gecheckt, bis ich dann gesehen habe. Okay, jetzt wissen wir, wozu diese Greifdinger gut sind. Damit kann man also sozusagen override, was der andere haben will. Okay, dann eine Sache, die sie leider nicht gezeigt haben, die ich aber sehr spaßig finde, weil das hab ich früher in der Schule als Gag bei Menschen, die ihre Handys haben rumliegen lassen, auch immer gemacht. Stell den Universalübersetzer auf Andorianisch ein. Und ich hab Handys, alte Nokias immer gerne auf Arabisch eingestellt oder so. Oder auf Arabisch, ja. Da musste man dann erst wieder nach Hause gehen, die Anleitungen bemühen, weil früher waren in Anleitungen, kennt ihr noch Anleitungen, da waren immer die Menüabfolgen auch einmal alle abgedruckt. Da war es ja auch nicht so ganz so kompliziert, wie es heutzutage ist. Du hast ja mittlerweile in einem Android-Handy ist es ja quasi ein Windows-Verschnitt und mach mal eine Anleitung für Windows, so ungefähr. Ja, dann gab's die Schwerkraftstiefel-Hängen-Herausforderung, die haben wir aber auch nicht gesehen. Nee. Wahrscheinlich hängt man sich da ähnlich wie du bei deinem Parabelflug Spider-Man-mäßig an irgendeiner Decke und muss dann so lange da hängen bleiben, bis einem das Blut in den Kopf steigt, keine Ahnung. Dann haben wir die medizinische Trigord-Herausforderung, vulkanisches Beuteltier, keine Ahnung, was man da machen muss. Er muss einfach dazwischen sein, muss einfach dazwischen sein. Wir haben die Nahrungs-Replikator-Herausforderung, durianische Frucht. Ja, eine durianische Frucht gibt's wirklich. Die kommt in Südostasien vor und das ist wirklich so eine Stinkefrucht. Das ist ein stechenden, penetranten Geruch. Die ist in der Heimat Südostasien in vielen Hotels und öffentlichen Verkehrsmitteln sogar verboten. Und es ist so ein bisschen zwiebelähnlich oder als Gestank von faulen Eiern, so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Man kann's aber essen. Ist, glaube ich, unter dem Namen Kotzfrucht auch im Dschungelcamp sehr beliebt. Erinnerst du dich noch bei unserem alten Arbeitgeber, der, wie hieß dieser Baum, der die weibliche Variante davon war? Der Ginko-Baum. Der Ginko-Baum, der zu bestimmten Zeiten so unglaublich gestunken hatte, als ob da irgendein Abfluss wäre. Das stimmt, richtig, ja. Dann, und das finde ich ziemlich unverantwortlich, schmuggel einen Tribble in den Transporterpuffer. Schön. Ist sehr, sehr unverantwortlich. Canon-technisch, hm, zumindest ein bisschen diskussionswürdig, ob die da schon Tribbles kennen. Ja, es gibt diese eine Folge, diese Short-Tracks. Okay, gut, aber das kann ja übelst in die Hose gehen. Dann haben wir die Challenge, auf dem Käpt'nstuhl sitzen. Ja. Ist jetzt für die zwei eher einfach. Zumindest realistisch. Ja, aber ist für die zwei auch eher einfach. Ja. Dann haben wir die EV-Suit-Herausforderung, nicht genehmigt der Weltraumspaziergang. Das ist ja, wo die zwei Kadetten, die Lower Decks sozusagen, dabei erwischt wurden. Ja. Dann haben wir die Herausforderung, unterschreibe Sein the Scourge. Also unterschreibe die Verbrennung, unterschreibe den Brandfleck. Also im Grunde genommen das einzig noch originale Hüllenpanel der Enterprise. Was auch eigentlich nicht so ganz sein kann, weil genau diese Sektion wurde eigentlich in der Disco-Staffel 2, als sie gegen Control kämpfen, komplett zerstört. Also wirklich genau dieser Bereich. Aber okay, sei es drum. Es geht halt einfach um den Gag. Ja. Hatten wir das in irgendeiner Folge schon, dass die ohne Raumanzug auf der Hülle rumgelaufen sind? Bisher noch nicht, oder? Nee. Also in The Motion Picture, ja. Aber da waren sie ja auch in der künstlichen Atmosphäre, die da geschaffen wurde von Veja. Also ich kann mich nicht daran erinnern, außer es war vielleicht irgendwie so mal ein Q-Trick oder so. Das kann sein. Aber es war nie so, dass sie sich ein Kraftfeld geschaffen haben und dann da außen rumlaufen. Ist dir aber jetzt aufgefallen, das ist mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen, dass die Gänge völlig anders aussehen in dieser Enterprise als in der Disco-Enterprise? Die sind viel heller und viel freundlicher geworden. Er muss ja, ein Disco ist ja alles unfreundlich. Er ist ja alles kalt und düster entsprechend den Storys. Und ich möchte inzwischen so, auch jetzt so nach der nächsten Folge, über die wir gleich sprechen, hab ich wirklich Bock da jetzt auf dieser Enterprise zu sein. Die macht Spaß. Ja, du, es ist ja einfach nur das Beleuchtungskonzept, was angepasst werden muss. Kennt ja jeder, der so eine Hue-Lampe hat, kann auch Tageslicht stellen oder kann auch schön ein schönes warmes Gelb reinpacken. Man kann natürlich auch den Streamer-Hintergrund da machen. Ich möchte mal die Enterprise in Streamer-Atmosphäre sehen. Gott, mit leuchtenden LED-Panels überall. Na gut, außer ähnlich haben wir es ja. Ja, ich sag mal, so viel gibt die Folge jetzt natürlich nicht her. Die hat so ein paar kleine Gags noch gehabt, dass dann jetzt eben auch diese, der Pike seine grüne Uniform zum ersten Mal anhat, diese grüne Tunika. Und natürlich sind, und das zieht sich allerdings auch so ein bisschen durch die aktuellen Folgen durch. Es gab ja in den letzten Folgen immer wieder so Dialogsätze, die in ihren Wordings Bezug genommen haben auf aktuelle Ereignisse. Ja, ging es eben um die eine Folge, wo die, ich sag mal, die Querdenker da in Anführungszeichen so rumgelaufen sind und so weiter. Und auch hier haben sie natürlich so dieses, als sie dann mit den Aliens sich da beraten, ob die jetzt zur Föderation dazu treten sollen. Fällt dann auch so ein Satz, ja, we have democracy because we vote. Okay, das muss auf jeden Fall rein. In der nächsten Folge fällt dann auch nochmal peaceful transition of power, was halt auch so ein Term ist, der halt in den USA gerade für ganz eine eindeutige Konnotation hat. Nämlich halt eben alles rund um den 6. Januar und den irren Trump. Und das sneaken sie jetzt so in jede Episode so ein bisschen rein. Können sie gerne machen, solange es nicht mit der Faust aufs Auge so ungefähr ist. Ich mag es lieber subtil, was das angeht. Nicht Discovery Style, sondern hier können sie es. Es ist nicht Hauptthema einer Episode, aber es kann zumindestens thematisiert und mit reingebracht werden. Ja, ganz genau. Auch wenn hier jemand einen Struggle hat, wie die Chapel mit ihren Bindungsängsten oder so, dann finde ich das hier einfach wesentlich. Oder wir hatten in der letzten Folge, gab es ja auch die Backstory von Uhura, die ja da auch so ihr kleines Päckchen hat. Aber es ist wesentlich, ja, verdaulicher oder als Zuschauer sagt man auch. Es ist menschlicher. Ja, exakt. Ja, also es ist. Es ist nahbarer. Diese ganze Crew, die wir haben, ist wirklich, merkt man ja. Ich meine, es ist doch so wunderbar, dass wir wirklich sehr viele Perspektiven, natürlich haben wir die A-Story mit Spock und Pike und Co. Aber ansonsten, wir nennen die Crew kennen. Es ist eine Ensemble-Serie. Es ist wirklich eine Ensemble-Serie. Und das finde ich das Großartige daran. Ja, allerdings. Und ich kann auch wirklich jetzt mit einigen Characters bonden und vor allem in der nächsten Folge. Und ich glaube, dann können wir auch schon zur sechsten Folge hüpfen, weil die trägt jetzt hier die Folge 5 nicht so viel zum Kennen bei, zum Lore oder zur Charakterentwicklung von allen dabei. Sondern wir lernen einfach die Crew mal kennen und wir lernen einfach mal ein paar neue Teams kennen. Das macht auf jeden Fall sehr Spaß. Aber mit wem ich so richtig mitfühle, ist einfach der gute Dr. Mbenga. Das kann natürlich daran liegen, dass ich den schon kenne aus den Wengrat-Romanen. Und deswegen einfach auch so ein bisschen schon ein bisschen was über ihn weiß. Aber ich glaube, auch sonst wäre der mir einfach hoch sympathisch. Denn ich habe zwar im letzten Mal, ich bin noch ein bisschen darüber beschwert, dass die nur mit der Tochter im Transporter-Puffer die Leistung von Scotty im Nachhinein etwas schmälert. Aber sei es drum, das ist wirklich Heartwarming, wie ein Engel, Herzerwärmend, wie er da mit seiner Tochter umgeht. Und auch das Mädelspiel, das auch wirklich, obwohl sie immer nur ganz wenige Sätze hat, wirklich ganz toll. Und das ist so ein Story-Arc, wo ich wirklich gespannt bin, wie der ausgeht. Interessiert mich, ehrlich gesagt, von allen Story-Arcs interessiert mich der aktuell am meisten. Ich hatte auch am Anfang so ein bisschen Zweifel, was das anging, als das erste Mal aufgekommen ist. Aber wie sie das Ganze handhaben, finde ich schon toll. Vor allen Dingen, ich meine, aus meiner Sicht als Vater mittlerweile, kann ich total viele Dinge nachvollziehen, wie er es macht. Also einerseits, dass er liebevoll seiner Tochter die Geschichte vorliest, aber so dermaßen in seinem Kopf noch und in seiner Situation ist, dass er vielleicht nicht merkt, dass er das Kapitel nochmal zum zweiten Mal vorgelesen hat. Oder dass er einerseits mit ihr ganz nahbar sein möchte und sie halt vor allem schützen möchte. Und dann andererseits aber dann doch wieder der ernste oder strenge Vater wird, obwohl er es eigentlich in der Art nicht möchte. Und das ist so ein Zwiespalt, den man als Elternteil immer so hat. Einerseits möchte man die Kinder beschützen und die die ganze Zeit knuddeln und ach, du kannst ja nichts falsch machen. Andererseits ist irgendwann, sind deine Nerven so angespannt, dass du nicht drumherum kannst, auch mal vielleicht etwas ernster mit deinem Kind zu reden oder zu sagen, das machst du jetzt nicht und das machst du jetzt nichts. Und nachher tut es einem leid, weil man eigentlich so mit seinem Kind nicht umgehen möchte. Und diesen Zwiespalt habe ich sehr stark in dieser Episode bei ihm gesehen, weil er einfach natürlich auch mit der gesamten Situation, die für sich alleine verarbeiten muss. Ja und ihr merkt schon, wir sind schon in der Folge 6 drin. Die Enterprise rettete ein Shuttle vor unbekannten Angreifern zur Crew. Der Raumfähre, die gerettet wird, gehört Alora, die für unseren Käpt'n Pike schon einige Zeit schwärmt und die beiden kennen sich auch. Er stürzt sich natürlich ganz in Kirk-Manier in eine Affäre mit der Frau, die zu den Führungspersönlichkeiten vom Planeten Majalis gehört oder auch Wolken-Kuckucksheim genannt irgendwie. Trotzdem wecken einige Beobachtungen das Misstrauen des Käpt'ns. Letztendlich schockiert ihn das Schicksal des Jungen in Aloras Begleitung, nämlich dem Servant Number One. Nee, wie heißt er? Den First Servant, ganz genau. Und das ist so eine klassische Star Trek Episode, also wirklich Star Trek. Ich will nicht unbedingt sagen at its best, aber zumindest mal play it safe und ein klassischer Plot. Die Enterprise kommt irgendwo hin und muss dann mit den kulturellen Gegebenheiten sich arrangieren. Und hier haben wir eben dieses Dilemma, dass sozusagen das Kind geopfert wird. Etwas, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich den Pike nicht so ganz verstehen. Oder wir sind einfach als Zuschauer schon zu wissend etwas, das man eigentlich schon von 30 Meilen hat kommen sehen. Aber der Pike stellt sich da sehr, sehr dämlich an, was das Kind angeht. Ja, also genau, als Leute, die das schon zigmal in irgendwelchen anderen Sci-Fi-Serien und vor allem bei Star Trek gesehen haben, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, hat man es schon vermutet. Vor allem gerade sind ja die, meistens ist es dann ja sogar in irgendwer, der gekrönt wird und dann super freudig an dem Ganzen ist und am Ende merkt, nee, er muss geopfert werden. Und das ist im Prinzip fast genau das Gleiche. Hat mich in der Konsequenz, wie sie es gemacht haben, sehr stark an, Spoiler, Snowpiercer erinnert. Okay, also dem... An das Ende von dem Film. Ach ja, okay, also alle, die den Films... Ich habe jetzt gerade nur an die Serie gedacht. Ja, stimmt, jetzt wurde Zest, richtig, ganz genau. Und eigentlich beruht diese Geschichte, wie auch die Storyline rund um unser, hier, ich wollte schon unser Kryptonit-Kid sagen, nee, aber unser Dilithium-Schrei-Angst-Kind aus dieser unsäglichen, glaube ich, die dritte Discovery-Staffel. Ähm... Das beruht eigentlich auf einer Kurzgeschichte von Ursula Luguin, The Ones Who Walk Away From It, auf Deutsch, die Omelas den Rücken kehren. Und das ist so eine Kurzgeschichte aus einem Band, da geht es um eine Utopie, um ein Utopia, in dem alles toll ist und alles ganz fantastisch und alle sind glücklich und happy. Aber das Ganze ist auf das Leid des eines Kindes aufgebaut, das praktisch sozusagen in Jesus-Manier so das Leiden der Welt, aber auch physisch in sich aufnimmt und aufnehmen muss. Und einige Bewohner verlassen dann die Stadt, um halt nicht mit Teter-Azisem leiden zu werden. So, das ist so der ganz grobe Plot. Und so ähnlich ist es ja auch hier. Da haben wir natürlich das klassische Dilemma wieder zwischen Prime Directive, wobei sie hier überhaupt nicht zitiert wird. Aber eigentlich ist es eigentlich das Grundproblem in Star Trek und deswegen wundert es mich, dass der Pike da auch mit so einem Struggle hat. Denn eigentlich ist doch so die Devise, zumindest bei Kirk und Co. immer The needs of the many outweighs the needs of the few. Und das ist ja hier sozusagen at its best. Also ich meine, damit die ganze Zivilisation unbeschwert leben kann, bedarf es halt eines Opfers und dieses Kind geht ja sogar noch freiwillig rein und weiß vorkommen, was auf es zukommt. Und also könnte man ja auch sagen, ja, verstehen wir vielleicht in unserer Menschenherkunft nicht, aber ist das jetzt so verurteilenswert? Das ist halt eine Diskussion wert. Kann man, glaube ich, ganz, es ist so ein bisschen auch wie, würde man in die Vergangenheit reisen, um Hitler als Kind zu töten, der ja noch gar nichts gemacht hat, um das ganze Desaster von damals zu verhindern. Und es geht in eine ähnliche Richtung. Es ist unglaublich schwer, die Für und Widers dafür zu finden und das auszudiskutieren. Aber letztendlich geht es einfach darum, hier wird ein Kind geopfert. Hier wird ein, nicht nur ein Kind, hier wird ein Mensch geopfert. Ein, ähm, ähm, ja, ein Innocent, ähm, ach, wie heißt es jetzt auf Deutsch? Unschuldig. Ein Unschuldig, Entschuldigung. Manchmal komme ich es nicht aufs Deutsche. Ein Unschuldiger geopfert. Und opfert man wirklich einen Unschuldigen, der es auch selber noch gar nicht einschätzen kann. Als Kind kann man sowas einfach noch gar nicht einschätzen, was das bedeutet, auch wenn man vielleicht indoktriniert wird, was das, äh, angeht. Auch wenn du eine Sekte bist, kannst du es ja gar nicht abschätzen. Als Kind kann man viel noch nicht abschätzen. Und lässt man jemanden, der noch nicht im Besitz seiner gesamten geistigen Kräfte ist, aus dem Messer laufen? Ja, und jetzt könnte man anders diskutieren, anders argumentieren. Aber dadurch, dass er ja unwissend ist, mei, hat er ja, kann er ja, leidet er nur kurz und hat ja auch keine Angst davor, ne? Also im Grunde genommen verhält sich der Peik so ein bisschen, wie so die Deutschen bei der WM in Katar. Er kommt so von außen, ne? Und stellt sich da so hin und sagt so, äh, er kann ja doch nicht machen. Und alle aus der Kultur sagen also, äh, wieso, ja? Ja, und das, wie gesagt, ist ein klassisches Star Trek-Trope. Ähm, eine meiner Lieblingsfolgen, deren Namen ich mich natürlich nie erinnern kann, ist die, wo, ähm, wo die Loxana Troy sich da verliebt in, äh, Major Winchester, also den Schauspieler von Major Winchester und der auf einem Planeten libt, wo man sich da mit 65 freiwillig das Leben nimmt. Ach so, ja, genau, die Folge. Und sie dann auch damit hadert und er aber überhaupt nix, also er bereut es zwar so ein bisschen, weil er sich jetzt dann auch gerade frisch will, aber er tut es am Ende, er tut es am Ende. Und er tut es auch gerne, weil das halt seine Kultur ist, weil er es tut, damit sein Volk, seine Spezies, wie auch immer, halt überleben kann, weil das halt nun mal deren, äh, way of life ist, so. Und dem geht's. Ich glaube, sowas hängt wirklich ganz stark vom, vom, vom Kontext ab. Wenn man sagt, es ist eine perfekte Kultur ansonsten und alle sind lieb zu sich und keiner profitiert im Argen davon, dass er jetzt bewusst Kinder abschlachtet, so in der Richtung und man wird so gut wie möglich darauf vorbereitet, ist es ganz schwierig jetzt zu sagen, nee, es ist nicht gerechtfertigt in der Art. Und weil ich bin, ich bin kein Philosoph, was das angeht. Wahrscheinlich müssen einige Philosophen daran, was das ist. Ich hätte auch mein Problem, ich könnte es nicht durchführen. Bist du derjenige, der dem, äh, schweinen Hals, äh, äh, Hals durchschneidet, um dann das Steak zu, äh, nicht, um dann, äh, 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 einen schönen Nackensteak zu essen oder lässt es von irgendwem anders machen? Das ist ja, er hängt ja auch noch mal da, äh, da mit drin. Deshalb, das ist diese, diese Grauzone, dieses, man kann sich nicht sicher sein. Es gibt keine richtige Antwort dafür. Wie beim Trolley-Problem, schiebst du die Schiene auf, tötest du einen oder tötest du die ganze Gruppe so ungefähr? Das ist dieses klassische Problem, was man endlos durchdiskutieren kann und wo es am Ende vielleicht keine eindeutige Lösung für gibt. Und jetzt muss man aber auch so ehrlich sein und das jetzt mal weiterspinnen. Also der Pike stellt sich hin und ist ganz entrüstet. Okay, kann er sein, aus Sicht von, jetzt pass auf, dem Starfleet, das wir eigentlich, oder der Föderation, die wir eigentlich kannten. Okay, kann man so argumentieren. Aber da wir jetzt ja eigentlich seit 15, 20 Jahren nur noch eine Starfleet präsentiert bekommen, die sowieso nur Dreck am Stecken hat, Bad Burials oder Deluxe, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, sind wir doch mal ehrlich. Wenn Starfleet und die Föderation diese Technologien in die Hand kriegen würden, die die haben und anscheinend ist ja die Föderations, allein schon die medizinische Abteilung vorsintflutlich im Vergleich zu dem, was die da haben. Sind wir doch mal ehrlich, die scheißen doch auf das Kind. Also das sind doch so viele Manis, die davon profitieren würden. Gut, die würden vielleicht dann mal ein Forscher-Thema hinschicken und sagen, okay, wir können uns auch natürlich mal angucken, wie diese Maschine funktioniert. Das wäre halt vielleicht auch mal ganz nice, das mal rauszufinden. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn du diese technischen Möglichkeiten hättest, die komplette Föderation um Jahrhunderte nach vorne bringen würde, technisch gegenüber der Romulaner, Klingonen etc. WP, einen Scheiß würden die auf das Leben von diesem Kind geben. Also so ehrlich und realistisch muss man, glaube ich, sein. Und das ist ja das, was uns auch das Abrams-Wurst und das Kurtzman-Wurst inzwischen ja beigebracht haben. Wobei, okay, sind wir ehrlich, Starfleet-Headquarter war immer schon ein bisschen shady. Okay, gut, komm. Nun gut, aber wirklich, wie du gesagt hast, ein ganz klassisches Star-Trek-Problem, was hier mit rein verarbeitet wird und deshalb auch eine sehr gute, aber auch teilweise sehr komplex erzählte Story, die wir haben. Ja, ich fand sie visuell übrigens auch top. Ich fand es schön, dass man da einfach wahrscheinlich in den Garten irgendeiner französisch anmutenden Villa gegangen ist und das ein bisschen enhanced hat. Es sah ein bisschen aus wie ein Wolken-Kuckucksheim, aber es war schön, dass man einfach on location gedreht hat, in einem Park, in so einem, das war alles nicht so nach Studio aus und so. Das war wirklich, fand ich toll. Das fühlte sich dann auch entsprechend wertiger an, die ganze Geschichte. Ja, das stimmt. Wie übrigens die ganze Show ziemlich geil aussieht, muss man auch sagen. Bisher habe ich noch keine großartigen Fails, was so die CGI. CGI, also man muss so ein bisschen den Look von dem Schiff kaufen, weil das hat halt noch so eine, durchaus so ein CGI-Filter drüber oder so ein bisschen. Sieht auch so ein bisschen Renderfilmchen-mäßig aus, aber abgesehen davon sieht das doch eigentlich alles top aus. Definitiv. Aber man muss auch sagen, man versucht hier ja auch nicht jedes, jede Episode das Universum untergehen zu lassen. Man hat hier mehr Dialoge drin, man hat hier mehrere ruhige Szenen zwischen den Leuten und man hat nicht einfach dieses Event-Movie, was die anderen Serien mittlerweile sind. Man hat wirklich Charaktere, die sich miteinander beschäftigen und alles ausdiskutieren. Ja, und im Gegensatz zum Beispiel zu einer anderen Serie, wie wir besprechen, The Walking Dead, ist es hier jetzt auch so, dass die Enterprise nicht überall irgendwo hinkommt und dann die Gemeinschaft, die sie vorfindet, auch dann zerstört und ihren Grundfesten erschüttert, sondern wie in dieser Folge auch, die fliegen halt wieder weg und es bleibt alles, wie es ist zumindest bis auf Weiteres. Ja, das hier, wo willst du anfangen und wo willst du aufhören? Exakt. So viele Planeten und Zivilisationen es gibt, da wirst du ja wirklich dann zum Kolonialisator, so ungefähr, so Kolonialmacht. Also gibt es in der Folge eigentlich nur so ein halbes Happy End. Es gibt zumindest eins, denn die, wie nennt man die jetzt da hier, die Machalarianer oder wie auch immer, die wollten eigentlich mit dem, du vorhin schon erwähnten Doktor M. Benger, der natürlich die Chance wittert, seine Tochter zu haben. Das war auch sehr schön, ne? Wo das Wunderkind, was jetzt gar nicht so unsympathisch rüberkam, also nicht so Wesley-mäßig rüberkam, da mit der Tochter spielt und die dann so sagt, so richtig süß, so I had fun. Ja, das war wirklich, das war echt herzbar. Und dann merkst du auch so, dass er jetzt, ah, jetzt hat er so diesen Strohhalm und dann fand ich es wirklich schön, dass am Ende sich der Arzt, der Vater von dem Kind, das geopfert wurde, dann nochmal mit ihm zusammensetzt hat, okay, pass auf, ich kann dir zwar die Technik nicht geben, aber ich kann dir zumindest Denkanstöße geben, damit du in die richtige Richtung forschen kannst. Das fand ich nochmal eine schöne Szene zum Abschluss. Definitiv. Und auch da du hier gerade wieder seinen Vater erwähnst, von dem Auserwählten, das ist natürlich dann auch wieder die Perspektive, die man hat. Er muss damit leben, dass sein Sohn geopfert wird. Also du opferst ja nicht irgendwen dann, den du niemals kennenlernst, den die meisten da wahrscheinlich niemals kennenlernen werden. Es ist dein Fleisch und Blut, was du aufgeben musst dafür. Das eigentlich ein Potenzial dafür hätte, auch ein ganzes Leben zu führen. Auf jeden Fall. Ja, das ist halt die Frage. Ist das dann eine Welt, die sich von vornherein fünf Kinder macht, damit du eins opfern kannst, über uns zu Zeiten der hohen Kindersterblichkeit? Keine Ahnung. Ja, ja. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir auch in der fünften und sechsten Folge, in der fünften vielleicht nicht ganz so viel, aber zumindest in der sechsten Folge mal ein bisschen über Dilemmata reden können, auch wenn wir sie heute nicht auflösen können, weil das einfach dann auch Dinge sind, wo es einfach wahrscheinlich am Ende gar keine Lösung für gibt. Aber ich bleibe dabei, es gefällt mir sehr, was ich sehe. Ich freue mich, dass wir solche Themen ansprechen können und dass wir nicht uns über irgendwelche Plotholes und so weiter unterhalten müssen, die auch durchaus da sind. Ich habe sicherlich mir ein paar Sachen da notiert und natürlich lässt man den Peik auch ein bisschen sehr einen auf Kirk machen und so. Und mir gefällt auch immer noch nicht so ganz, wie er mit seinem Schicksal da umgeht, dass er da so gar nicht versucht. Also jeder sagt ihm ja, versuch doch was dagegen zu machen und er macht halt irgendwie nichts. Ja, er erzählt es hier jetzt dann seiner Alora da, aber auch die wird ihm ja irgendwie nicht helfen wollen, vielleicht dann später mal, aber er wird sich ja die Hilfe dann nicht suchen, weil wir wissen ja schon, was rauskommt. Oder was hatte ich mir noch sortiert, dass man einen Kadetten wie Uhura da so einen Präzisionsphaser-Schuss absetzen lässt, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so state of the art, was das Ausbildungshandbuch hergibt. Aber das sind halt einfach so kleine Nebensächlichkeiten in einem sonst runden Konstrukt, dass mir das hier jetzt an der Stelle gar nicht großartig negativ auffällt, dass erst beim zweiten Mal manchmal sogar gucken. Kann ich unterschreiben. Ja Mensch, jetzt haben wir heute 90 Minuten gequatscht, wo wir sonst immer so standardmäßig auf eine Stunde kommen. Aber da war ja noch unsere oder beziehungsweise deine wunderbare Parabelflug-Geschichte dabei. Wenn euch das also heute hier gefallen hat, dann lass doch mal ein Däumel nach oben da. Schickt uns eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 01525 964 7709 oder schreibt uns eine E-Mail an info at nerdizismus.de und natürlich auch vor allem wollen wir eure Meinung hören und natürlich auch eure Reviews hören bei Spotify, iTunes oder Podcast Addict. Michael, wie geht es weiter? Wir werden auf jeden Fall noch die Rückkehr des Königs besprechen dieses Jahr, habe ich gehört. Auf jeden Fall, machen wir noch. Kriegen wir hin. Dann die Folgen 7 und 8 von Strange New Worlds und vielleicht, 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 vielleicht schaffen wir sogar noch einen Jahresrückblick, wo wir einfach mal durch unsere Netflix und Amazon Prime und sonstigen Histories browsen und mal schauen, was wir da noch so für euch an kleinen Empfehlungen haben. So oder so in der E-Mail nicht wird es weitergehen. Also zweimal kommen wir noch dieses Jahr. Vielleicht mache ich mit dem Forever Not Girl auch noch einen kleinen Twitter Space. Wobei, Twitter ist ja jetzt auch, darf man noch Twitter benutzen? Weiß ich gar nicht. Darf man noch einen Tesla fahren? Ich fahre keinen Tesla, aber dürfte man noch einen Tesla fahren? Keine Ahnung. Alles diese Fragen, die wir heute nicht mehr klären werden. Michael, dir an dieser Stelle vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Euch da draußen, denkt dran, wir wollen noch eure Ideen haben, was wir mit dem Star Trek The Motion Pictures The Directors Cut, was wir mit der Disc anstellen sollen. Also jetzt nicht kaputt machen, sondern was wir da im Rahmen einer Filmbesprechung oder ja, lasst euch was einfallen, was wir da machen sollen. Alles aus einer ganz normalen Filmbesprechung ist mal eine Idee wert. Und denkt dran, wenn ihr noch ein Geschenk braucht, 222 Dinge, die man als Star Trek Fan getan haben sollte, aus dem Plaza Verlag vom lieben Littar, unserem Freund, dem Klingonisch-Lehrer, geschrieben und schön illustriert. Also von daher ein nettes Star Trek Geschenk, wenn ihr da noch was braucht. In diesem Sinne, Michael, dir vielen Dank und euch vielen Dank fürs Einschalten für eure Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums